Servus und Willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute wieder zu zweit unterwegs. Flo vom Kanal Bavarian Muskratz hat ein bisschen was raus recherchiert und was entdeckt. Das erkunden wir jetzt. Wenn wir mal hinter uns schauen, geht es ziemlich runter. Wir wissen selber noch gar nicht was es ist und in diesem Sinne würde ich sagen, wir starten das Video und los geht's. Eine steile Treppe mit rostigen Kanten führte uns nach unten. Wir fanden dort unten einige Sachen. Zum Beispiel einen Hydrantenschlüssel, Schuhe und Bälle. Sind diese Schuhe eventuell von Leuten, die hier arbeiteten oder den Keller aufräumten? Haben Kinder diese Bälle hinunter geworfen? Wurde mit diesem Ofen der Keller geheizt oder wurde hier nur entsorgt? Alte Holzlatten hängen von der Decke. War dieser Schacht zur Belüftung oder diente er als Kamin? Weiter stand ein alter rostiger Blecheimer sowie etwas Unrat lag herum. Wir vermuten, dass es ein Bier, Wein oder Lagerkeller war. Schaut gerne auf dem Kanal, vom Floh Bavarian Musgrats vorbei. Er hat auch ein spannendes Video dazu gemacht. Ja, ich gehe jetzt wieder raus hier oder wir gehen raus hier. Mal schauen, dass uns jemand erwischt. Und ja, wir werden hier bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir haben nämlich noch was entdeckt, wo es ist. Das darf man leider nicht verraten. Und in dem Sinne sage ich bis zum nächsten Video. Bleibt dabei und gesund. Bis demnächst. Peace. Ciao. Bis zum nächsten Mal. ein 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 Vielen Dank.